Und willkommen zurück. Ob es eine neue Session ist, falsch. Ob es ein neues Part ist, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Werden wir sehen. Willst du erklären, was wir vorhaben? Ja, wir fahren nach Srimpiziko. Um versuchen, dort einen Bug zu kriegen. Ja, mit Skodas. Mit Skoda. Um klingt das, du Spacken. Ja, genau. Wir stimmen dazu. Sei mal still, du Spacken. Ja, läuft das hier. Aber wir fahren an der roten Ampel. Scheiß drauf. Mal löst es noch einmal im Jahr. Nein. Bis der erste Unfall kommt, ne? Zwölf Sekunden später. Ne, der ist gerade ab. Ich glaube, der ist gerade... Wo? Sei wahr! Was denn? Was? Ich wollte zur Seite. Wow. Ich fahre doch gerade aus. Ich kann doch fahren. Ich kann doch fahren. Ich kann doch fahren. Ich habe doch gar nichts gehabt. Oh. Oh. Ne, der ist gerade ab. Ich glaube, der ist gerade... Wo? Sei wahr! Näher komme. Ich glaube, ich muss ganz kurz einer halten. Kann mich einer umdrehen? Ja, warte mal. Wir fahren mit 200. Oh. Oh, das wird eng. Das wird eng. Ich bin der Einzige, der unbeschadet... Ich habe... Ich bin schaden, habe ich. Ich habe im Spiel schon gemacht, scheiße. Warte mal, der Schwarze, der Schwarze. Habt ihr, der Schwarze? Los! Boah! Ich habe... Was passiert? Wie einfach... Wie gerade passiert? Er fährt mit 200 Sachen in mich rein. Da kommt ein LKW. Memo an mich. Nicht mit 200 kmh in den Reaper reinfahren. Und sich dann zur Werkstatt teleportieren lassen. So, mit 160 durch die Innenstadt. Da waren so Pilota. Polnische Polizisten. Die klauen die. Die klauen die. Die geben die nicht nur ein Straftat. Die klauen die auch gleich aus das Auto. Ja. Ich habe mich übrigens gerade wieder... ...überschlagen. So wann war... Ich wusste bei 160 kmh eine Nachricht in den Chat schreiben. Und da konnte ich nicht mehr lenken. Und da kam aber eine Kurve. Und... Don't take the drive. Menschlich gesinnt, ziemlich abstoßen. Beziehungsweise ich werde das wieder zusammenschneiden wie in den letzten Part. Spaß, eh. I believe I can fly. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Ja, ich sehe Wannva. Oh Gott. Wannva ist auf dem Radar aufgetaucht. Ahoy, Brause. Ich sehe ihn auf der Karte. Er ist 300... Er ist 300... Er ist 300 Meter weg. 200 Meter. Fahr nicht vorbei. Nein, nicht reinfahren. Überschuss. Warte hier. Ich bremse. Heites Skoda-Problem. Das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Aber die können wir nicht nehmen, die Ausbau-Pieber-Lange-Fort. Ich habe dich nur berührt. Kaltschaden gemacht. Ich mache mal Motor aus, ne? Benzinsparen, Umwelt schon. Ja, ja. Höhen Prozent Schaden hast du eigentlich schon, der Mann, was? Ich habe null. Oh, Panzerskoda. Nein! Vor allem, ich bin der... Nein, 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 nein. Ich bin der Einzige, der überhaupt gar kein... Überhaupt gar kein Schaden angreicht. Nein, 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 komm schon. Und welcome back. Ey, ich stand. Also, mir machst du jetzt keine Vorwürfe. Ich weiß, aber trotzdem, ich fahre nochmal kurz auf der Herstelle, ich glaube, es sind ein Prozent kurz gepariert. Danach wären es eh wieder 90. Hä? Ja, das ist ein Prozent, da wird man mein Leben retten. Und jetzt repartieren. Ja. Das ist der Prozent, der mir vorhin die Rettung gegeben hätte. Hm, genau. Du bist nur bei 99 Prozent. Es gibt Dinge, die wir nicht begreifen können. Ich bin auf der falschen Straßenseite. X-Faktor, das Unfassbare. Stand by. Stand by. Musik Warte, warte! Das ist nicht nur ein Collision? Kann es sein, dass du dumm bist? Warte, warte, wo ist der Pack zu use? In Nürnberg. Irgendwo müssen wir an der Küste entlang fahren. Ja, dann fahren Sie! Warte mal, warte mal ganz kurz, ich muss ganz kurz die Route ausschalten. Ja, stimmt das, ne. Das ist auch mal ganz lustig! Kann man hier durchfahren? Nein. Trinkte nicht sehr viel! Oh, Baum! Mist! Nein, 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 nein! Allahu Akbar! Baby, ein Triple! Ist das hier? Ernsthaft? Sind jetzt? Ist die Frage? Gefunden haben wir? Ich glaube, ja. Verdammt! Ich suche einfach mal die Stelle von mir. Ja, versuch mich mal lieber von der Seite, damit ich mich selbst noch bewegen kann. Ich hänge... von der Seite! Bitte! Ja, ich wollte ja gar nicht rammen gerade. Nice, jetzt können wir ein bisschen mehr fahren, Alter. Mehr, mehr fahren. Ich dachte nur, das wäre der Typ aus Chrysers. Naja... ... ... ... ... ... ... Vielen Dank. Vielen Dank.